Rudi van Buren und Remo Cobras, Sie Austrian. So, jetzt nehmen sie einen Lauf. Wie gesagt, es ist zumindest in den ersten zwei Runden sicherlich zu nass für eine richtige Top-Zoll. Ich glaube, die zweite Gruppe, die hat da viel bessere Karten, aber warten wir es mal an. So, da ist er, der Check. Und Markus Wöhler, ihm hinterher, denn heute, Steven Lauber als dritter, ja, da hat er ein paar Ansätze auf. Ganz dein erstes Pass. Und bei dem Weg, der Schwager, in der nächste Mitte, der genau wie Rudi Van Buren, der hat man mitlesen, die hat das mit 109, das ist Cobras. Sind diese Autos schön? Fantastisch. Ich verlor das erste Mal in der Schmiedschaft, das ist Cobras. Das ist jetzt der erste Mal in der Winkenzeit. Ich setze ja noch mal um die E-Mahne, 32, Bitteler, 33. Naubart, 39,24. Die E-Mahne, die E-Mahne, die Stütze, ja, 33, Bitteler, 4. Fabrus Wöhler, ничего, 24, Bitteler, 23, Bitteler, 3,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 4,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 3. Cours, 4,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 4,5, Bitteler, 3,5, Bitteler, 4,5, S partido 3,5, Ui, Ui, S scientists, X in год iş que Cass, 1,5, 2,1, cucumbers, 3, 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, 3,5 und 3,5, 4,5. Und dann kommt der Rundfunk. Die Rundfunk ist schneller als die Rundfunk. Und jetzt der Rundfunk, der Rundfunk, der Rundfunk 34. Der Rundfunk, der fastest fan in this moment. Der Rundfunk, 38.4. Der Rundfunk, der straight side turn position. Markus Wöhler ist still 5. Peter Laubach, 55. Armin ist noch 10. Behind the leader. Der erste Rundfunk, der Uni von Noren. Wow, Uni von Noren. Fürs 38.9.3. Rundfunk, 38.4. Steven Laubach, 38.5. Das ist fantastisch. Da kommt der Rundfunk. Steven Laubach, schnellster. Nur warten ihn zwei. Ae, va.